Wir waren ja im Abstieg im Schneesturm und eigentlich haben wir dann schon alle, glaube ich, oder ich zumindest, schon das Gefühl gehabt, das hatte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand überlebt, den Abstieg im Schneesturm vom K2. Also man hat sich eigentlich schon quasi als tot gesehen. Also es gibt Momente, wo die Angst zur Panik wird und das sollte man eigentlich vermeiden. So viel Voraussicht sollte auch ein Bergführer haben. Der Fokus liegt ja darauf, aus denen Bergführer zu machen, also nicht den Kletterkönnen zu verbessern, sondern wie führe ich jemanden sicher und vor allem auch so, dass er Spaß dabei hat, in die Berge. Was die Übersicht und was einfach Führungstechnik und Taktik anbelangt, da komme ich voll an meine Grenzen, weil ich das bis jetzt ja auch relativ wenig oder so in dem Rahmen noch nicht so viel gemacht habe. Schauen wir, dass eben jede Seilschaft mindestens einmal entweder rückwärtig absichern oder Universalmethode macht. Wisst ihr noch den Unterschied? Also da sind beide am Seilende einbunden und dann sobald, also dann bleibt ein Seil immer gespannt und der erste kommt zuerst durch und das heißt das Seil, das gespannt bleibt, das muss ich, wenn es zum Beispiel an das Abklettern geht, einmal fädeln. Das ist der Unterschied zwischen Universalmethode und rückwärtig absichern. Und eine von den zwei Methoden wäre cool, wenn jede Seilschaft einmal anwendet, könnt es euch aussuchen. Die große Micheluzzi-Tour am Piz Ciavacis, ganz berühmt ist der berüchtigte 90 Meter Quergang. Da geht es echt über vier Seillängen, die jetzt eigentlich mehr oder weniger waagrecht, also rechts rüber. Das Problem an dem Quergang ist, dass es auch immer wieder Passagen gibt, die man runterklettern muss. Wenn der Gast dann in dem Quergang stürzen sollte, dann wird das für den bedeuten, dass er einen großen Pendel hinlegt oder einfach auch weit stürzen könnte. Bianca, Michi, ich erkläre jetzt noch ganz kurz, wie es abläuft. Ich habe da oben das jetzt durchgefädeltes Seil, also Michi, deins habe ich durchgefädelt durch den Haken. Bianca, du musst zuerst klettern und du lässt einfach den letzten Karabiner da oben drin. Ja, also ich tät' ich auf jeden Fall mal wieder als Bergführerwisser quer. Also ich fand das voll angenehm. Was mir voll getaugt hat, ist, dass mein Seil eigentlich immer einzeln in der Echse drin war. Und dann habe ich einfach mein Seil ausgehängt und bin eigentlich gleich wieder zum Klettern gekommen. Also ich glaube, die wichtigste Eigenschaft eines jungen Bergführers oder eines alten Bergführers ist das Einfühlungsvermögen, das sich erinnern können, wie das so ist, wenn man Dinge das erste Mal macht. Also dass man beobachtet, wie er sich rein physisch bewegt, darüber kann man ja auch schon ganz viel sehen. Also eingehen auf den Partner, den man mit hat, ist ungleich wichtiger, als wenn man in einer gleichwertigen Seilschaft unterwegs ist. Dort weiß man, der andere hat ungefähr ähnliches Wissen, ähnliches Können. Dort spielt das eine kleinere Rolle. Also wir haben da die Technik-Demo-Prüfung und haben drei Routen insgesamt eingehängt. Die erste hier, da wird es darum gehen, dass hier No-Hand-Rests demonstriert. Zweite Tour, da wollen wir sehen, unbelastetes Antreten. Durch die Bergführer-Ausbildung nimmt man eigentlich alle Komponenten mit rein, wie ist eigentlich mein Tourenpartner unterwegs, passt die Tour eigentlich für uns zwei, wie schaut eigentlich das Wetter aus, muss man da auf irgendwas achtgeben, haben wir die richtigen Materialien oder halt die richtigen Absicherungsmittel dabei und so denke ich, hilft einem die Bergführer-Ausbildung im Thema Sicherheit hundertprozentig. Ich denke, dass der Profilort unter der Felsinsel da rechts, dass der vielleicht nicht so schlecht ist. Warum? Ja, weil wir da wahrscheinlich einen Übergang von wenig zu viel Schnee haben, kann man sondieren. Von der Felsdings dran, ja, und da ist es dem, zweiter Punkt. Ja, von der Exposition passt halt gut, die Höhenlage passt gut. Weißt du, wie bitte? Ja, er ist sicher, er ist sicher, müssen wir uns fertig der Hang auf den Kopf. Wir machen jetzt eigentlich hier, schauen wir, dass wir rausfinden kommen, ob wir so einen Bruch initialisieren können. Das machen wir mit dem CT, den machen wir eigentlich am Anfang, das ist der kleine Blocktest und danach macht man nebendran ECT, da schaut man, ob der Bruch sich ausbreitet. Genau. Genau. Und wenn wir jetzt das mit dem, warum machen wir das noch? Um unsere Informationen zu verifizieren. Informationen und den Lawinenlagestellicht antasten auf die öffentlichen Verhältnisse. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Bis jetzt läuft es ganz gut in der Ausbildung, mich hat es noch nirgends durchgehagelt. Und ich mag es jetzt nicht lang hinausschieben und hoffe auch, dass dann die nächsten Prüfungen dann klappen, dann da voll arbeiten kann in dem Beruf. Und da einfach ein guter Bergführer zu sein und eine gute Führungsposition zu übernehmen, nur das Ganze sicher zu gestalten, die richtigen Entscheidungen treffen, das bringt mich total an meine Grenzen. Und das finde ich total cool und eine Herausforderung auf anderer Ebene einfach wie aus sportlicher Hinsicht. Und ich denke, dass das auch eine total coole Weiterentwicklung zu einer persönlichen, also zu einer sportlichen Leistung darstellt. Die Schnee ist oben immer ein bisschen abgebröselt, aber ohne Bruchausbreitung. Und als Schnee waren es eher sehr hohe Schläge, wenn überhaupt. Das Wichtige ist einfach erstmal die Gefahren zu sehen, die Gefahren zu erkennen, dann die Eintretenswahrscheinlichkeit irgendwo abzuschätzen, welche Maßnahmen habe ich, um das Risiko zu minimieren. Und da muss ich die Entscheidung fällen, mache ich es oder ist es nicht mehr verantwortbar. Und das ist eigentlich so diese Denke, die wir versuchen, denen beizubringen, dass sie ständig eine Risikoabwägung durchführen müssen und dann auch zu erkennen, wo sind Grenzen. Also wo ist das Risiko einfach nicht mehr tragbar für mich und genauso auch natürlich für den Gast. Fynn kenne ich zum Beispiel wirklich schon sehr lang. Der war schon mal bei so einem Nachwuchscamp, da war er glaube ich 15 oder 16. Also habe so seinen bergsteigerischen Werdegang da schon relativ lang einfach mitverfolgt. Und der Fynn hat einfach schon von Anfang an eben durch diese Camps eine sehr, sehr gute Ausbildung einfach bekommen, hatte immer sehr, sehr starke Partner. Also Fynn wird sicher ganz guter Werkführer, denke ich. Musik Musik Einerseits hatte es für mich ein saukooles Gefühl, wenn ich mich halt irgendwo da so hochgearbeitet habe und dann komme ich oben am Gipfel raus und weiß, okay, ich habe es echt geschafft. Zum anderen, was mich auch immer wieder dazu bewegt, so etwas zu machen mit guten Freunden. Man hat so ein bisschen so Emotionen auf einer ganz anderen Ebene. Man hat ein Verhältnis, das führt man vielleicht auf einer ganz anderen Ebene wie jetzt mit anderen Freunden. Ich habe nicht gesagt, es ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Wir sind unterwegs mit Gästen, die ihr Leben uns anvertrauen und wir haben also einfach wirklich große Verantwortung. Die Killerfrage ist immer, würde ich mein Kind diesem neuen Bergführer mitgeben? Und das ist oft mal das Zünglein an der Waage. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020